Mein Platz zwei ist das innere Nasenloch. Die Muschi. Nein. Nein, mit dem Daumen. Schade, dass wir kein Fernsehen machen. Yvonne guckt mich an und leckt sich die Lippen. Nee, vor allen Dingen, ich bin auch sehr erstaunt mit dem Daumen. Mit dem Daumen. Den Daumen zu wählen ist ja auch schon mal sehr... Ja, und wir machen mit dem Daumen nicht das, was wir früher mit dem Daumen gemacht haben, denn wir sind ja im Kuschelmodus. Richtig, hast du gesagt. Ladylike, die Podcast Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.